Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Lost Ark Video. Und zwar befinden wir uns heute in Südvern und ich habe das Teil endlich bekommen, den Wern Brandy. Wir tragen den Wern Brandy mit uns rum und wir wollen mit dem Wern Brandy, also neben dem, dass wir ihn jetzt haben, kurz die letzten zwei Morkokus besorgen. Und zwar habe ich die natürlich schon mir ausscouten lassen. Und zwar ist die erste hier, da müssen wir ins Zelt rein. Tada! Genau hier oben im Zelt drin. Und für das zweite müssen wir auf die linke Seite. Sollte eigentlich ein relativ schneller Gang darüber sein. Der müsste hier in der Mitte sein, nach oben hin. Ich würde sagen, das Haus. Bob. Also genau hier mittig rein. Und da habe ich meine letzte Mokoko. Also haben wir hier oben und hier mit dem berüchtigten magischen Wern Brandy. Und es reicht leider nicht für Abenteuerfoliant 90%. Viel Spatman. Dafür müsste ich tatsächlich die Austern machen, aber ich bin damit ziemlich gut durchgepusht. Und das war es für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo da lassen. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut.